Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Die suchen dasselbe wie Sie. Etwas, was wir Ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied. Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Wie sind Sie hier gelandet? Hat geklappt. Können Sie da raus? Halt! Befreien Sie mich. Ihr kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Laura. Nehmen Sie das. Als wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, um uns nah zu studieren. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal viel. Aber je härter Sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn Sie nicht etwas beschützen würden, würden Sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber Sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er suche. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Ja. 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 Ja.